Ich hoffe, ihr spürt es und seht diese Freude. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, dass wir alles auch heute wieder für euch heruntergespitzt haben. Wir sind heute wieder so selbstbewusst und lebensfroh, dank all eurer Reaktionen, durch das Leben spazieren lässt und mit euch Musik machen. Und ich hoffe, diese Nacht hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr irgendwo, irgendwie dann auch wieder. Für dieses Lied würde ich mir jetzt natürlich das unvergesslichste Wichtermeer wünschen, das wir auf der Tour erlebt haben, denn ich habe bis dato ein großes Konzert in Erinnerung, das für mich bis dato ein riesengroßes Highlight gewesen ist. Und das war die Lanxess Arena im vergangenen Jahr in Köln. Aber die heutige Nacht auf Schalke in Gelsenkirche, die hat mir in Rom so viel Freude bereitet. Die muss mir die Videos dann vielleicht. Jetzt geht's los. Wahnsinn. Oh, wie wundervoll. Wow. Dankeschön für diese wahnsinnswert Schätzung. Vor knapp 50.000 Besuchern geht jetzt noch einmal. Absolute Stille rein. Oh, wie wundervoll. Oh, wie wundervoll. Ah. Langs der Kind Minecraftmaker. Oh, wie wundervoll. Oh, wie wundervoll. Oh, wie wundervoll. Buddy Change. Hisa hat mich. Alles ist schifft. Keineaire. Oh, wie wundervoll. Oh, wie wundervoll. Wundervoll. Untertitelung des ZDF, 2020